verstehe einer die christdemokraten viele trauern jetzt friedrich merz hinterher rennen ihm nach weil er ach so sehr fehle aber sie sollten ihre aufmerksamkeit mal auf den anderen verlierer des parteitags richten auf jens spahn der redet nicht nur davon dass er seiner partei auf wunsch zur verfügung stehe spahn arbeitet einfach und zwar nicht nur für seine cdu nein er tut was fürs land es gibt unterversorgung im deutschen gesundheitssystem es gibt so lange wartezeiten ärztevertreter leugnen das sie sprechen von gefühlten problemen das ist erstens dreist und zweitens unsinnig denn in der politik ist ein problem auch dann eines wenn man es nur fühlt das problem mit den wartezeiten ist alt die ärztliche selbstverwaltung wäre zuständig aber weil sie es leugnet kann sie es logischerweise auch nicht lösen seit 2016 gibt es jetzt die terminservice stellen viele davon schaffen es aber nicht mal ihre eigenen öffnungszeiten zu organisieren geschweige denn termine bei ärzten der gesundheitsminister erhöht jetzt behutsam den druck auf die ärzteschaft ihrem versorgungsauftrag endlich nachzukommen mehr zeit für kassenpatienten immer erreichbare terminservice stellen das alles ist richtig wobei spahns gesetzentwurf auch problematische teile hat dass man künftig einen gutachter sehen soll bevor man einen psychotherapeuten sehen darf das könnte leute mit psychischen problemen davon abschrecken überhaupt noch hilfe zu suchen mal sehen ob spahn sein wort vom parteitag hält dass er sich besseren argumenten niemals verschließen werde ob jens spahn ein guter cdu-scherf wäre weiß niemand ein guter minister ist er auf jeden fall